Ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Uah! Hä, wie komme ich denn wieder... Ah, hier. So. Da ist nochmal ein bisschen Muni. Das nehmen wir noch mit. So! Ansonsten sieht das schon total geil hier aus, wieder. Also so die Arenen und die Räume, die sind schon echt mega. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr... Hallo? ...bisschen mehr Außenareale gewünscht, weil es war ja nur... ...ja, nicht gerade viel, was man an Außenareale hatte. Wo muss ich denn jetzt lang? Da lang soll ich? Ah, wahrscheinlich unten lang, ne? Oder? Kann das sein? Da ist doch bestimmt noch nicht alles gewesen hier an dem Arena-Kampf. Da kommt wahrscheinlich noch mehr. Ach, guck mal an. Das war so klar. Jo, ja. Push the button. Neurales Hilfsicherheitsnetzwerk offline. Na, wo sind sie? Doch keiner? Okay, ich dachte. Aber jetzt, oder? Oder? Meine zentralen Betriebssysteme sind jetzt verwundbar. Du solltest zuerst das Kühlsystem zerstören. Das wird die Destabilisierung beschleunigen. Auf Wiedersehen. Macht's gut, meine Freunde. Ich muss jetzt mal deinen Kollegen hier... Aus den Augen hab ich dich verloren. Uah! Höh! Da hab ich irgendjemand weggeschubbt. Ich weiß nicht, wer es war. Warte mal. Ähm... Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hast du gesehen, wer da ist? Unser Freund. Unser Freund der Schlechter. Höh! Giesel ist auch schon wieder am Stüssel. Verdammt, scheiße. Höh! Ich sollte mir, glaub ich, den nächsten neue Freunde suchen. Giesel, du geiles Stück. Giesel, du machst mich verrückt. Und du hast immer noch den grauen Starr, hab ich dir gesagt. Oh, ich hab kein Leben mehr. Uh! Oder kaum noch. Ich glaub, es wird Zeit für die BFG wieder auszupacken. Oder? Bei der Menge? An Leuten hier? Oder an Gegner? Yeah! Augentransplantation mal anders. Du bist ja auch noch am Start. Ah, ich hab dir wohl den Kopf verdreht. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Hau ab! Du stinkst nach Maggi, hab ich dir gesagt. So. Komm her, mein Freund. Zeit für dich abzudanken. War's das jetzt so langsam? Meine Güte. Oh, Alter. Oh, Alter. So. Ähm. Ja, dann schauen wir mal. Dass ich nochmal ein bisschen Lebensenergie einsammle. Okay, spare ich mir doch mal lieber die BFG. Ist, glaub ich, gar nicht mehr so verkehrt für... Uah, da komm ich gar nicht durch. Für spätere Auftritte, meinerseits. Aber ein bisschen Munition finden, wär nochmal ganz gut. Und ein bisschen Energie. Da liegt auch noch... Ah, ich muss unbedingt Granaten werfen. Ich vergesse das immer, die Granaten zu werfen. Das ist irgendwie... Das ist doch irgendwie, ne? Ist auch nochmal Munition für die Dings. Für die... Für die Dings da. Weißt du schon hier. Für die... Für die Dings da. Für die Schrotflinte. So, ich glaube, das war's hier. Ich glaube, wir können da hinten jetzt durchgehen. Was nehme ich denn als nächstes? Ich bin... Boah, ich bin ein bisschen... Ich glaube, das Gauss-Gewehr ist gar nicht mal so schlecht. Oder das Plasma-Gewehr, nehmen wir mal. Aber die Waffen-Mods, die würde ich gerne nochmal wissen, wie die funktionieren. Ah, okay. Ah, okay. Gut. Huch. Oh, jetzt kommt der Dämlack wieder mit seinem scheiß Schild da, oder was? Boah, wie ich den hasse. Höh! Was? Was? Ach komm, das war so lächerlich jetzt, ne? Das war so lächerlich. Das gibt's gar nicht. Huch, was ist denn hier? Äh, wie ist denn... Ah, okay. Äh, das war so lächerlich. Das gibt's gar nicht. Wie er mich auf einmal weggenatzt hat mit seinem Schild. Die ganze Zeit, nichts. Nichts die ganze Zeit. Unfucking fassbar. So. Na, wirst du wohl, Ladebildschirm? Wirst du wohl... Alter, 20 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Ja, natürlich. Jetzt muss ich die wieder bekämpfen, oder was? Ach, das ist so... Ja, natürlich fall ich runter, ist klar. Verballer erst mal die ganze Munition an dem Affenkopf. Ach, du bist ja auch noch da. Hab dich ganz vergessen. Komm her. So, bam. Äh, warte. Ach, hier ist ja auch noch eine Treppe. Hab ich gar nicht gesehen. Da jumpt mir Gisela erst mal mit ihrem fetten Hintern ins Gesicht. Ich glaub's ja wohl. Wo sind wir denn hier? Ist ja wohl mal der Oberhammer. So. Ich hab dir gesagt, du musst zum Augenoptiker. Und du auch. So. Ich sollte vielleicht nicht stehen bleiben. Hallo Gisela. Chat's the line. Nein. Ich hab wenig Leben. Ich hab wenig Leben. Ganz wenig Leben. Ganz wenig Leben. Ich sollte weg hier. Da ist Leben. Schlag dich mal selber, genau. auf. Yeah. Da spritzt das Blut doch. Wie durch die Adern. Hahaha. Gisela, Zeit für dich abzudanken mal wieder. Okay. Ach, guck mal, da drüben. Wie er abhauen will, ne? Ich krieg dich so oder so. Boah, ich glaub da... Ah, ne, da ist noch... Ah, da sind noch zwei. Hallo? Geh weg. Schlag dich mal selber mit deinem eigenen Arm. Wo ist der andere hin? Ich komme. Sehr schöner Fußabtreter. So. Jetzt wird's aber Zeit, weiterzugehen. Jetzt mal gucken, dass wir hier mal jetzt klarkommen. Ja, 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 ja. Du mich auch. Ah, guck mal, wer da ist. Wo ist der mit seinem Schild? Ah, hier. Du hast kein Schild mehr, mein Freund. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Sag mal, wie viele Schilder hat der denn? Verbratet die ganze Munition an einen dämlichen Gegner. Aber anscheinend... Ist das so gewollt vom Schild... Wo bin ich denn? Hallo, Jungs. Ich komme gleich zu euch. Ja, 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 ja. Ich gerate auch nicht in Panik. Ha... Oh. Oh, wie ich den hasse. Wie ich den hasse. Wie ich den hasse. Habe ich schon mal erwähnt? Oh, ich... Oh, nein. Ich hänge fest. Guck mal, dein Bruder ist genauso hässlich wie du auch. Und ich habe nicht mehr viel Leben. Ich bin gleich down. Höh, was? Hinter mir auch noch einer? Fickt euch doch. Das gibt's doch nicht. Entschuldigung für das böse F-Wort. Ähm... Das gibt's doch nicht. Oh, Gott sei Dank ist hier ein bisschen Leben. Huah. Drei Stück wollt ihr mich veräppeln? Die wollen mich doch veräppeln. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, es ist wieder Zeit für... Kettensaying-Action. Ich will mal ein Stück Fleisch... Äh, Bauch... Bauchfleisch haben. Hier fehlt ein Zahn. Wo kommt der denn her? Da war er weg. So. Wo kommen die auf einmal alle her? Ja, ja, ja. Halt den Bubble. Gehen wir nicht auf den Sender. Zeit für Arm-Breaker. Alter. Dieses Spiel. Hier ist bestimmt irgendwas... Oh, was war das? Ein Kettensägel, glaube ich. Oh, guck mal. Ist das ein Geheimraum? Haben wir vielleicht einen Secret-Raum gefunden? Gehen wir mal rein. Yeah. Speicherpunkt erreicht. Nein. Ich hoffe, wir kommen nochmal zurück. Was mir ein bisschen auffällt... Wir haben mittlerweile keine Rune mehr gefunden. Keine Rune... Keine Rune... Spiel mehr gefunden. Na, wo bleibt er? Ja, ja. Boah, wie ich die hasse, ne? Sogar die Unsicht. War da gerade hinter mir einer? Ne. Höllenbrut. Wo seid ihr? Aha. Eine blaue Schlüsselkarte. Guck mal eine an. Die brauchen wir hierfür. Ich halte die blaue Schlüsselkarte hoch und die Tür geht offen. Sehr schön. So lobe ich mir das doch. Ah, cool. Hier können wir Karte nochmal aktualisieren. Ich habe schon lange nicht mehr auf die Karte geguckt. Fällt mir gerade mal ein. Ah, ja. Oh. Hallo. Wo kommst du denn her? Geh weg. Du bist so... Äh. Was war das denn? Oh, Mann. Oh, oh. Ah, okay. Hm. Probieren wir aus. Yeah. Aufbranenschutz. Alter, krass. Wo sind wir denn hier? In Mount Massive? Jawohl. Jetzt geht es ab. Schade, Mann. Wir haben oben noch so viel liegen gelassen. Verdammt, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich zu tief, dass wir... Oh, da kommen wir hier nochmal zurück. Ich gehe nochmal hier lang. Vielleicht kommen wir... Ja, 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 ja. Ja, mach doch mal aufzurufen. Hä? Ich bin gerade total verwirrt, wie die Karte aufgebaut ist. Ich, äh... Ich wollte eigentlich den Fahrstuhl noch gar nicht rufen. Wo sind wir denn hier? Hüah. Interessant. Zerstören Sie die vier Kühlmittelgeneratoren. Sind Sie vernichtet, werden meine Primärsysteme überhitzt. Wo wollen die denn hin? Wieso... Wieso greifen die mich nicht an? Bin ich... Existiere ich nicht? Ich fahr mal mit dem Fahrstuhl nach oben, bevor ich jetzt da zum Kühlsystem gehe. Schade, dass wir den einen Bereich da verpasst haben. Jetzt schon wieder so viele Bereiche. Hm. Na? Elfter Stock, Weltraumforschung? Wo sind wir hier? Sind wir jetzt... Ich bin gerade überlegen, wo wir... Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ah, supi. Okay, das geht also. Okay, ich wollte wenigstens noch ein bisschen so ein paar Sachen einsammeln. Nochmal, Lebensenergie geht nicht. Wir haben Monster Revenant. Hm. Zu Beginn des Revenant-Programms wurde ein interessanter Nebeneffekt der Lazaruswellen entdeckt. Die Agentenergie in der plasmatige Isotopen der Lazaruswelle lässt Proteinie der Knochensubstanz mutieren, was zu einem starken beschleunigten Knochenwachstum führt. Also wissen wir auch, warum der Revenant so groß ist. So. Ähm. Jetzt wollte ich noch mal gucken, wie in die ganzen Wege, wo... Oh. Da waren auch noch so viele, so viele Wege gewesen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, wo das überall war. Hier war der Fahrstuhl. Wo geht's... Aufzurufen. Ach, das ist der andere Aufzug. Ach so, okay. Da kommen wir wahrscheinlich... Ach, guck mal an. Da kriegt man sogar Munition. Okay, den können wir nicht rauf... Den raufzurufen, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich bin schon so durch von dem Spiel. Okay, dann gehen wir nochmal hier lang. Weil hier haben wir, glaube ich, auch noch nicht geguckt gehabt, alles. Ah, siehst du, da war der USB-Stick mit den Pornos. Und dann sind wir hier lang gelaufen. Ah, okay, jetzt macht das wieder Sinn. Jetzt falle ich nochmal hier runter und dann gucken wir nochmal, dass wir... So. Dass ich mal hier lang gehe, um mal zu gucken. Alter, das sieht aus hier. Ist ja... Guck mal an der Achterbahn. Ich hoffe, wir fahren damit noch. Ah, ja. Boah, geil. Also war das ein Secret. Okay. Okay.